hallo freunde und willkommen in diesem video nur mal ganz schnell gezeigt wie wir cortana in windows 10 natürlich deaktivieren und von der taskleiste entfernen bzw wie wir cortana auch komplett deinstallieren können neuerdings ohne dass die windows search funktion beeinflusst wird da sind jetzt ab der version 2004 zwei getrennte funktionen ja die cortana app ist jetzt nun eine sogenannte stand-alone app wir könnten die app die cortana app natürlich auch vorher schon deinstallieren allerdings wurde da wie schon gesagt die windows search funktion auch mit beeinträchtigt das ist nun nicht mehr der fall wenn wir diese nicht brauchen nicht nutzen können wir einmal deaktivieren wie gesagt einfach über den task manager hier auto start hier die start-up programme und hier wenn das jetzt aktiviert ist einfach mit der rechten maustaste auf cortana und deaktiviert deaktivieren ja das verhindert dass die app automatisch mit videos mit startet und im hintergrund läuft und eventuell wertvolle ressourcen verbraucht ja das ist jetzt deaktiviert und wenn wir jetzt hier von unserer task leiste die cortana app auch weg haben wollen das geht auch sehr einfach einfach auf eine beliebige freie stelle hier auf der tast leiste klicken mit der rechten maustaste und cortana schaltfläche anzeigen häckchen weg machen und schon ist dieser verschwunden das ist jetzt die eine möglichkeit ja diese zu deaktivieren wir können aber wie gesagt auch komplett deinstallieren wenn wir sagen wir brauchen das gar nicht da gibt es einmal die möglichkeit über die powershell ja mit dem windows eigenen bordmittel quasi einfach windows taste power hier eingeben hier windows powershell rechte maustaste als admin ausführen mit ja bestätigen und hier geben wir einfach diesen befehl hier ein genau das wird jetzt für alle benutzer ja da kann keiner mehr auf dem rechner hier die cortana app nutzen einfach enter drücken und schon wird die app deinstalliert genau oder aber über ein dann bitter programm wie zum beispiel da gibt es natürlich einige ich habe jetzt hier die gig an installer hier als admin sieht hier so aus ich denke hier habe ich auch schon mal ein video drüber gemacht hier einfach auf ansicht windows store apps auswählen zack jetzt werden die windows apps hier geladen hier genau cortana wieder rechte maustaste und deinstallieren und schon ja sind wir cortana losgeworden wenn wir sie nicht mögen natürlich manche mögen sie und nutzen sie auch ich werde jetzt das auch nicht installieren erst mal ja genau das war jetzt auch ja schon alles was ich euch zeigen wollte wie gesagt dass die besonderheit ist was jetzt ja neu ist ist dass wenn wir jetzt cortana deaktivieren die windows search funktion davon nicht mehr betroffen ist ja ich hoffe ich konnte euch weiterhelfen irgendwie wenn ihr fragen oder anregungen habt einfach ein kommentar hinterlassen abonnieren nicht vergessen danke fürs zuschauen und bis zum nächsten mal